Hier ereignete sich die erschreckende und trauenhafte Geschichte von Prinz Dracula und der Frau, die er liebte. Ach, ich habe Ozeane der Zeit überquert, dich zu finden. Ja, Dracul. Er hat eine böse, dunkle Seite, die ich unwiderstehlich finde. Ich habe niemals einen Mann mit solcher Leidenschaft für das Leben kennengelernt. Er ist wie kein anderer Mann. Was bist du? Vampire existieren. Diesen bekämpfen wir. Diesem widerstehen wir. Er kann viele Formen annehmen. Er ist sowohl jung und alt. Er kommt als Hauch, als Dunst, als Nebel. Und er verschwindet nach Belieben. Oh, meine Lieben. Die Macht seiner teuflischen Begierde findet kein Ende. Du musst zu ihm gehen. Und du musst ihn lieben. Sie ist willige Dienerin, ergebene Schülerin. Sie ist die Geliebte des Teufels. Dracul! Begleite mich ins ewige Leben. Deine Rettung ist sein Unterkampf. Ich möchte sein, was du bist. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte lieben, was du liebst. Dann führe mich fort von diesem Tod. Mach keinen Fehler. Er muss aufgehalten werden. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020